Conny Frohbos und Peter Kraus, zwei bekannte Namen der deutschen Unterhaltungsindustrie, sind zu Symbolen eines goldenen Zeitalters in Kino und Musik geworden. Von den 1950er bis 1960er Jahren traten sie als perfektes Paar auf der Leinwand auf, mit romantischen Filmen und lyrischen Liedern, die die Herzen der Menschen eroberten. Ihre Beziehung besteht nicht nur zwischen Kollegen, sondern auch zwischen engen Freunden, was zu vielen Spekulationen und Spekulationen über eine heimliche Liebesbeziehung führt. Die Öffentlichkeit und die Medien kommen nicht umhin, sich zu fragen, gibt es eine Liebesbeziehung zwischen Conny Frohbos und Peter Kraus? Viele Fans glauben, dass die beiden mehr als nur Co-Stars sind. Emotionale Szenen, liebevolle Momente auf der Leinwand und gemeinsame Auftritte bei Veranstaltungen haben Verdacht geweckt. Insbesondere, wenn sie stets Intimität und Trost miteinander zeigen, weckt dies bei den Menschen den Eindruck, dass hinter dem, was sie der Öffentlichkeit zeigen, etwas Tieferes steckt. Conny Frohbos und Peter Kraus haben in vielen berühmten Filmen gemeinsam mitgespielt, darunter Wendy Conny mit dem Peter, 1958, einem Musikfilm voller Romantik und Komödie. Im Film sind sie nicht nur ein Paar auf der Leinwand, sondern auch das ideale Modell eines jungen Liebespaares mit der ganzen Unschuld und Leidenschaft der Jugend. Das Lächeln, die einander ansehenden Blicke und sogar die innigen Umarmungen ließen das Publikum glauben, dass sie im wirklichen Leben ein echtes Paar sein könnten. Tatsächlich werden Conny und Peter auch bei ausgeschalteten Kameras oft in intimen Momenten erwischt, etwa beim gemeinsamen Essen gehen, Spazieren gehen oder dem Besuch von Unterhaltungsveranstaltungen. Im Laufe ihrer Karriere wurden häufige gemeinsame Auftritte zu einem unverzichtbaren Bestandteil ihres Lebens. Beide scheinen immer an Orten aufzutauchen, an denen der andere präsent ist. Und dies ist zu einem heißen Diskussionsthema bei Presse und Fans geworden. Trotz Gerüchten und öffentlicher Kritik haben Conny und Peter jedoch nie eine romantische Beziehung offiziell bestätigt oder dementiert. Nach vielen Jahren in der Unterhaltungsbranche heirateten sowohl Conny Frohbos als auch Peter Kraus ihre jeweiligen Partner. Conny heiratete Helmut Matiasek, einen berühmten Theaterregisseur und Produzenten. Und auch Peter fand sein Glück mit seiner Frau Ingrid. Obwohl sie ihre eigenen Familien hatten, dachten sowohl Conny als auch Peter nie daran, diese besondere enge Freundschaftsbeziehung zu beenden. Auch nach der Heirat pflegten die beiden weiterhin eine enge Freundschaft. Treffen zum Plaudern, Austauschen über Leben und Beruf sowie alte Erinnerungen sind immer ein unverzichtbarer Teil ihres Lebens. Dies zeigt, dass eine Beziehung nicht nur auf vorübergehenden Emotionen basiert, sondern auch auf gegenseitigem Verständnis und Wertschätzung. Nachdem Conny Frohbos Ehemann Helmut Matiasek im Jahr 2022 verstarb, stand sie vor Fragen zu ihrer Beziehung zu Peter Kraus. Es gab viele Gerüchte, dass Conny nach dem Verlust ihres Mannes offiziell eine neue Beziehung mit Peter eingehen könnte, zumal die beiden weiterhin eine enge Freundschaft pflegen. Conny hat jedoch bestätigt, dass sie, obwohl sie während der gemeinsamen Dreharbeiten zeitweise Gefühle füreinander hegten, nie ein offizielles Paar waren. Sie teilte mit, dass die Beziehung zwischen ihr und Peter immer eine aufrichtige und dauerhafte Freundschaft gewesen sei, die alle Veränderungen in der Zeit und im Leben überstanden habe. Die beiden hatten Momente des Zitterns, aber die Liebe hat die Freundschaft nie überwältigt. Dies kann eine bewusste Entscheidung auf beiden Seiten sein, da beide verstehen, dass Liebe, egal wie schön, eine langjährige Freundschaft erschweren und sogar zerstören kann. Einer der Gründe, warum die Beziehung zwischen Conny Frohbos und Peter Kraus so besonders ist, ist die Offenheit und Ehrlichkeit, mit der sie mit ihren Emotionen umgehen. Sie leugnen nicht, dass es Zeiten gab, in denen sie Gefühle füreinander hatten. In den Jahren gemeinsamer Dreharbeiten, in denen man die Rolle eines Liebespaares spielen muss, sind wahre Emotionen unvermeidlich. Aber sowohl Conny als auch Peter verfügen über genügend Reife und Wachsamkeit, um die Grenze zwischen Schauspiel und wirklichem Leben zu erkennen. Beide haben zugegeben, dass sie sich zeitweise nahe fühlten und besondere Gefühle füreinander hegten, aber das war keine Liebe, sondern eine tiefere Verbindung, Sympathie und Verständnis zwischen zwei Menschen mit der gleichen Leidenschaft und den gleichen Idealen. Sie schätzen diese Momente und behalten sie als schöne Erinnerungen im Leben. Dies zeigt nicht nur Reife in der Art und Weise, wie sie ihre Gefühle betrachten, sondern auch Respekt und Wertschätzung für die Beziehung, die sie aufgebaut haben. Die Beziehung zwischen Conny Frobers und Peter Kraus ist ein lebender Beweis dafür. Dass Freundschaft zwischen Männern und Frauen bestehen und über einen längeren Zeitraum Bestand haben kann, ohne unbedingt Liebe zu werden. Sie zeigten, dass Intimität und Nähe nicht immer Liebe bedeuten, sondern manchmal einfach Verständnis und Austausch zwischen engen Freunden bedeuten. Trotz vieler Höhen und Tiefen im Leben pflegen Conny und Peter ihre Beziehung immer noch aufrichtig und vollständig und beweisen, dass wahre Freundschaft alle Herausforderungen und Herausforderungen für immer überwinden kann. Die enge Beziehung zwischen Conny Frobers und Peter Kraus beeinflusste nicht nur ihr Privatleben, sondern hatte auch tiefgreifende Auswirkungen auf ihre beiden Karrieren. In den ersten Jahren ihrer Karriere zog das Bild dieses Paares eine große Anzahl von Fans an und löste eine beispiellose Welle der Liebe zu den Filmen und Liedern aus, in denen sie mitwirkten. Ihr Auftritt als Liebespaar auf der Leinwand hat wesentlich dazu beigetragen, ihren Namen und ihre Karriere zu etablieren. Darüber hinaus bietet diese Beziehung auch viele Möglichkeiten für Zusammenarbeit und gemeinsame Projekte und trägt dazu bei, das Talent und Charisma von Conny und Peter hervorzuheben. Sie zeigen nicht nur Harmonie im Schauspiel, sondern auch im Gesang, im Stil und auf der Bühne. Ihre Lieder und gemeinsamen Auftritte vermitteln oft ein frisches, jugendliches und emotionales Gefühl, fesseln die Menschen und hinterlassen einen tiefen Eindruck beim Publikum. Obwohl diese Beziehung viele Vorteile für ihre Karriere gebracht hat, bringt sie auch erhebliche Belastungen und Herausforderungen mit sich. Die ständigen Erwartungen und die Prüfung ihrer Beziehung durch die Öffentlichkeit haben sowohl Conny als auch Peter unter großen Druck gesetzt. Sie sind ständig mit Gerüchten und Spekulationen konfrontiert, die manchmal zu Missverständnissen führen und ihre persönlichen Beziehungen beeinträchtigen können. Beide haben jedoch Reife und Weisheit im Umgang mit diesen Herausforderungen bewiesen und dabei ihre berufliche und persönliche Beziehung mit Fingerspitzengefühl aufrechterhalten. Obwohl sie verheiratet sind und sich den Ereignissen des Lebens stellen müssen, ist die Beziehung zwischen Conny und Peter immer noch stark und bedeutungsvoll. Nach dem Tod von Helmut Matiasek erlebte Conny eine schwierige und einsame Zeit. Während dieser Zeit war Peter immer an ihrer Seite, um sie zu unterstützen, zu teilen und zu begleiten. Vertrauenstreffen und lange Gespräche über das Leben und alte Erinnerungen sind für Conny zu einer großartigen Quelle spiritueller Ermutigung geworden. Peter ist nicht nur ein enger Freund, er ist auch ein vertrauenswürdiger Begleiter, der bereit ist, zuzuhören und alle Freuden und Sorgen des Lebens zu teilen. Im Gegenteil, Conny war in schwierigen Zeiten immer eine starke spirituelle Stütze für Peter. Dieses Mitgefühl und der Austausch helfen ihnen nicht nur die Herausforderungen des Lebens zu meistern, sondern vertiefen auch die besondere Beziehung zwischen den beiden. Im Laufe der Zeit pflegten Conny und Peter weiterhin Kontakt und trafen sich regelmäßig, auch wenn sie nicht mehr an vielen künstlerischen Aktivitäten beteiligt waren. Sie sind immer noch enge Freunde und unterstützen und ermutigen sich gegenseitig in jeder Situation. Dies zeigt nicht nur die Dauerhaftigkeit der Beziehung, sondern bestätigt auch den Wert einer aufrichtigen und soliden Freundschaft, die alle Grenzen von Zeit und Distanz überwindet. Mit zunehmendem Alter entfernen sich sowohl Conny Frobose als auch Peter Kraus nach und nach aus dem Rampenlicht und suchen Ruhe im Alltag. Ihre Beziehung ist jedoch weiterhin ein wichtiger Teil des Lebens eines jeden Menschen. Sie kommunizieren regelmäßig und erzählen Geschichten über das tägliche Leben, die Familie und die Kinder. Peter Kraus teilte einmal in einem Interview mit, dass sich die Freundschaft zwischen ihm und Conny nicht verändert habe, auch wenn sich die Zeiten geändert hätten. Er betrachtete sie als einen wichtigen Teil seines Lebens, als Begleiterin auf dem langen Lebensweg. Ebenso betrachtet Conny Peter als einen besonderen Freund, jemanden, dem sie jederzeit vertrauen und auf den sie sich verlassen kann. Diese Beziehung wird auch von künftigen Generationen respektiert und bewahrt. Auch ihre Kinder und Enkel treffen sich regelmäßig und pflegen enge Beziehungen, genau wie ihre Großeltern. Dies zeigt, dass nicht nur Conny und Peter, sondern auch ihre gesamte Familie diese besondere Beziehung schätzt und schätzt. Die Geschichte der Beziehung zwischen Conny Frobos und Peter Kraus ist nicht nur eine Geschichte über zwei berühmte Menschen, sondern auch eine Geschichte über den Wert der Freundschaft im Leben. Sie zeigten, dass Freundschaft trotz der Herausforderungen und Turbulenzen des Lebens überleben und gedeihen kann. Und dann kommt aus seiner Sicht hinzu die Entstehung von Sprachgemeinschaften, die über die unmittelbaren Grenzen des Dorfes hinausgehen. Also die überhaupt so etwas wie Absatzmärkte für Zeitungen bilden. Und dann der Umstand, dass die Alphabetisierung zunimmt und Säkularisierung. Das heißt, der Rückzug der Kirche, der Religion als alles erklärende Instanz und das Nachdenken der Menschen über die Selbstbestimmung ihres Lebens, die ihnen immer bewusster wird. Diese Faktoren kommen zusammen, um so etwas wie einen Zeitungsmarkt hervorzubringen, der sozusagen das Medium ist dafür, dass sich Menschen über eine größere geografische Distanz miteinander verständigen können. Ich komme nochmal auf den Punkt zurück, den ich vorher erwähnt habe, nämlich der Konstellation. Hier dieses Beispiel mit der Entstehung vorgestellter nationaler Gemeinschaften, da wird das besonders deutlich. Es ist nicht die Technik alleine, die hier bestimmend ist, sondern es ist wirtschaftliches Kapital, kulturelle Entwicklung, ein religiöser Wandel, aber auch die Entstehung von Sprachgemeinschaften. Viele Faktoren kommen zusammen und nehmen Einfluss darauf, wie diese technische Innovation des Buchdrucks genau genutzt wird, weil man könnte sich ja auch vorstellen, dass man den Buchdruck nutzt, um Bibeln zu drucken und sonst gar nichts. Man hätte diese Technologie in einem ganz schmalen Sinne benutzen können und statt des Abschreibens von Bibeln sie einfach weiter zu drucken, also sie fortan zu drucken. Das ist ja auch passiert, aber dass der Buchdruck eine solche revolutionäre Einflussnahme auf die Gesellschaft ausüben konnte und so viele Innovationen mit dem Buchdruck verbunden sind, das erfordert mehr Erklärungen als nur die, die in der Technik selber liegen. Diese Erkenntnis, die ich aus dem Lesen dieser beiden Werke gezogen habe, Sie werden es jetzt unschwer erkennen, die, finde ich, die gibt uns gewisse Lehren mit dafür, wie man die Digitalisierung verstehen soll. Ich will sagen, auch die Digitalisierung ist als solche gar nicht in der Lage, etwas zu erklären, sondern man muss hier verschiedene Faktoren zusammen als eine digitale Konstellation betrachten. Weil, das erzähle ich nur mal als kurzen Schwank, die Entstehung der Digitalisierung, die Ausbreitung von digitalen Netzen in Deutschland, die ist lange Zeit sehr umstritten gewesen. Wir hatten...